Ja, Hallihallo, schöne Grüße jetzt aus Dänemark. Ja, es kam jetzt lange nichts. Der Grund war schlicht und ergreifend, dass wir, also dass ich zu müde war, jetzt ein Video zu machen. Wir haben in einem Hotel einen Zwischenstopp eingelegt und haben dort auch übernachtet. Und ja, die Zimmer waren auch sehr schön. Und ja, jetzt sind wir endlich im Haus angekommen. Wir haben auch schon eingekauft. Ich habe mir mal wieder ein paar kulinarisch, was zur kulinarischen Erbauung gekauft. Auch dänisches Bier. Ich muss jetzt mal hier die Tür ein bisschen ran machen. So, und ja, jetzt pisst es gerade ein bisschen. Aber das Haus ist sehr schön gelegen. Das Angelzeug haben wir jetzt diesmal nicht mit. Aber wir haben die Fahrräder mit. Und mal sehen, vielleicht lohnt sich auch die ein oder andere Fahrradtour. Hier hat man einen wunderschönen Ausblick auf den Wald. Und die ganzen Dünen. Entschuldigung. Und ja, ich habe jetzt auch schon vorhin geduscht. Und war sehr schön. Jetzt melde ich mich gleich wieder. Und ja, gleich gibt es auch Essen. Und ich melde mich dann auch gleich wieder vielleicht mit einem Strandvideo, wenn das Wetter ein bisschen besser wird. Bis gleich.